Als Sie kamen, sind Sie alle ganz brav mit Ihren Frauen gekommen. Ist nichts mehr mit dem Image von Sex, Drugs und Rock'n'Roll bei den Rockern? Ja, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, all diese Klischees und mehr ist es ja nicht. Das ist die eine Seite, aber am Ende muss man sein Leben so leben, dass man auch seinen Spaß hat, aber dass man sich, wie es Mick Jagger mal so schön gesagt hat, noch so viel Restintelligenz bewahrt hat, dass man im richtigen Moment auch Nein sagen kann. Aber Sie sahen unheimlich harmonisch aus. Haben Sie einen Tipp, wie man sich eine Beziehung lange glücklich erhält? Das Zauberwort heißt Vertrauen.